So, die Aufnahme ist gestartet und wenn die Götter des Fliegens es wollen, dann funktioniert das auch alles so. Ich sitze ein bisschen aktiv, also Sitzhöhenvorstellung hier mal so ein bisschen korrigieren. So, lassen wir das mal durchgehen. Ich bin ja ein Angewachsener. Ja, es hat sich optisch einiges getan, deswegen gibt es sozusagen eine Sondersendung. Um besonders zu senden, fliegen wir einfach erstmal los und ich denke, wenn wir unterwegs sind, dann seht ihr auch gleich, was ich meinte. Ja, erstmal wieder gegensteuern. Haben wir Seiten mit? Nein, ich habe Wetter abgeschaltet, sobald ich das erkennen kann. Weil hier geht es jetzt nicht ums Fliegen, hier geht es eigentlich nur ums Gucken. So, ja, ich glaube, wir können es nur langsam, ne? Ja, all der Staunen ist funktioniert. Und was sehen wir? Sehen wir überhaupt irgendwas? Ja, wir sehen was, nämlich eine Lagune. Eine Lagune sehen wir. Jawohl, endlich hat es geklappt. Ich habe es hingekriegt, die Autofotos, sprich die Satellitenbilder, so einzustellen, dass sie noch einen gewissen Kreis um die Küste herum mitmachen. Also wir kriegen jetzt Wellen, wir kriegen Windsurfer, wir kriegen Riffe, wir kriegen Lagunen, die ich eben schon erwähnt habe. Und was sonst noch so alles da ist. Es gibt ein kleines Manko, das sehen wir da, nämlich an der Stelle, wo die Autofotos enden. Dieses Zackige, das ist da, wo die Satellitenbilder aufhören. Und dann das künstlich generierte Meer beginnt. Das ist dann halt so, ne? Hier sehen wir so noch Motorboote, die in der Gegend kommen, Gondeln und vielleicht den einen oder anderen verschwirrten Schwimmer, der von der Flut davon getragen wurde und der auf diesem Foto das letzte Mal gesehen wurde. Und naja, wir haben hier eine Zigzag-Linie, aber sei es drum, wenn wir den Blick in die andere Richtung lenken, falls das Flugzeug jedes Mal dieses erlauben sollte. Ich komme einfach nach draußen, so. Und ich glaube, es ist selbsterklärend, warum das viel schöner ist, so. Ich glaube, ich schalte mal auf einen anderen Modus, nämlich Plain Follow oder sowas. Da muss ich aber hier mal gucken, weil... View, External... Was? Chase? Ich glaube Chase, ja. Genau, ne? Also wir gucken jetzt ein bisschen rum. Genau, ich mache ein bisschen mehr Distanz, um den Krawall mit ein bisschen zu minimieren. Also, der Vorteil ist, glaube ich, klar erkennbar. Wir haben jetzt hier eine Menge richtig schönes, grünes, türkises Meer. Und da lacht doch das Herz, wenn man das sieht. Ha, 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 lacht es. Naja. Ja, und wie gesagt, die Kante da hinten, wo dann jeweils das Bild zu Ende ist. Ja Gott, es ist dann halt so. Ein zweiter wichtiger Punkt, den sehen wir, wenn wir uns die Landschaft angucken. Jetzt direkt unter uns seht ihr die Feldwege. Das sind sogenannte öffentliche Straßen. Das mag in Deutschland auch gehen. Hier im Rest der Welt sind es meistens irgendwelche Trampelpfade. Und, ähm, ja, X-Plane baut dann Straßen da drauf. Und zwar richtig fette, eckige Verkehrshauptstraßen. Das sieht scheiße aus, ehrlich gesagt. So, jetzt habe ich die Straßen wegmontiert. Es gibt dafür ein sehr schönes Plug-in. Asbach-Uhr-Halt. Das gibt es schon seit einer Million Jahren. Ich habe es nur irgendwie nie benutzt. Wenn wir jetzt direkt nach unten gucken, sehen wir da eine richtig schöne Dorf-Hauptstraße, wo auch Autos drauf fahren. Und das sieht doch alles viel besser aus, ne? Nicht immer diese fetten, aufgeprezelten Superstraßen, sondern so sieht es wirklich aus. Trotzdem fahren Autos. Gut, manchmal fahren diese Autos durch andere Leute vor Gärten. Man sieht herumwirbelnde Gartenzwerge und Zaunteile und so was. Aber was soll's? Letztlich überwiegt der Vorteil. Unten zum Beispiel sehe ich da gerade ein Bus, der auf der Gegenfahrbahn herumgeistert. Naja, was soll's. Die Straßen bei X-Plane sind eckig, die in der Realität eher nicht. Es sei denn am Fahrbahnrand. Und ja, so ist es halt. Außerdem habe ich die gesamte Satellitengeschichte auf Level 18 gerendert. Die weißen Flugplätze, die wir manchmal hatten, wo er sagte, da hat er kein passendes, keine passende Area dafür. Die kamen wahrscheinlich daher, dass sich irgendwann mal die Flugplätze haben berechnen lassen mit High-Res Around Airfields. Dann würde er praktisch die Umgebung mit einer Superauflösung berechnen. Das Problem ist, diese Superauflösung gibt's halt nicht immer. Und dann wird's weiß. So, wenn jetzt einmal etwas fertig berechnet ist, verschwindet es dann nicht wieder, sondern das Programm belässt sie darin liegen. Und erst dadurch, dass ich meinen gesamten fertig berechneten Bestand an Autofotos komplett gelöscht habe, sind die alle verschwunden, damit auch die weißen Flecken. Und ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich hatte bisher entweder eine 18er- oder eine 16er-Auflösung. Die 16er ist mir eigentlich ein bisschen zu groß. Und die 17er ging auch, aber war mir noch ein bisschen zu grob, wenn wir jetzt nach unten gucken. Das ist eine 18er-Auflösung. Da rechnet er an jedem Planquadrat richtig heftig dran rum. Also nicht kurz, sondern lang. Ja, das kann also sich... Er wird Nächte brauchen, um den Bestand wieder aufzufüllen an berechneten Autofotos. Aber nur gut, während ich dabei schlafen kann und er macht die Arbeit, ist in Ordnung. Jetzt rechts sehen wir den Hang hoch, zum Beispiel eine Serpentinenstraße, so wie sie wirklich ist. X-Plane würde dann wieder eine eckige Hauptstraße raufbauen. Zur Information, Highways, also so richtig fette Autobahnen, sind nicht betroffen. Die sollen angeblich weiterhin bestehen. So, das war, glaube ich, das Wichtigste. Wir sehen unten auch noch Häuser, die sogenannten Flachhäuser. Das liegt einfach daran, dass X-Plane nicht überall Häuser hinbaut, wo Häuser stehen, sondern der guckt bei OpenStreetMap nach. Und OpenStreetMap sagt ihm dann, dieser und jener Bereich ist mit so einer Häuserart ungefähr so und so dicht bebaut. Und X-Plane macht das dann. Und wenn jetzt die Daten von OpenStreetMap nicht ganz aktuell sind und sich vielleicht zum Beispiel ein Neubaugebiet wie vor uns oder sowas erstreckt, dann ist ihm das völlig egal. Oh, ich sehe gerade, wir haben Schatten da vorne. Schatten, wo X-Plane Straßen hingebaut hätten. Ihr könnt auch sehen, dass es da gewaltige Unterschiede gibt. Und ja, ja, ich muss auch noch sehen, wie ich diese Schatten noch irgendwie rauskriege. Da wird es auch Mittel und Wege geben. Das wird irgendein Transparent-Overlay sein, das man noch ein bisschen transparenter machen kann. Ja, sei es drum. Bäume sind, glaube ich, momentan noch, das müssen eigentlich, ist das die HD-Trees? Oder ist das schon? Es gibt solche diverse Vegetation-Upgrades. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht genau, welcher jetzt wen überlagert. Das ist ja immer so schichtweise. Guck mal, Segelschiffe! Hey! Und ein Yachthafen, den haben wir vorher auch nicht gesehen. Hehehe. Wer baut da wohl die Segelschiffe ein? Aber das muss ja wohl X-Plane sein, ne? Wahrscheinlich irgendein Plug-in. Fähren fahren hier auch gelegentlich rum. Dafür benutzt X-Plane einfach die Fährpläne. Und sucht sich daraus dann die Verbindungen raus und packt dann die Fähren einfach irgendwo hin. Finde ich auch lustig. So, guck mal, da haben wir Brücken. Und eine Brücke beispielsweise ist über die Satellitenbildbrücke hin drüber gebaut. Die werden also nicht ersetzt. Aber der Kreisverkehr da vorne beispielsweise, der ist dieser, wie war das eigentlich, Netten-Extension? Egal, jedenfalls nicht groß genug. Und deswegen sagt er da, nehmen wir das Satellitenbild, reicht auch. Und funktioniert ja auch prima. Ja, ein Flughafen, ein Airfield und es ist nicht weiß. Nein, es hat Gebäude und es hat Flugzeuge. Ist das nicht herrlich? Außerdem verwende ich endlich wieder nach langer Pause X-Life. Das ist ein uraltes, wie soll man das nennen, Tool. Plug-in, sagen wir, nennen wir es mal Plug-in von Lamina Research. Das dem ganzen Ding hier gewaltig Action einhaucht. Oder ist es von Jar-Design? Egal. Jedenfalls, damit kann man da so Air-Traffic simulieren und das auf dem Flughäfen ein bisschen mehr los ist. Und nebenbei sind auch mehr Flugzeuge da. Das ist nicht so tot alles. Manchmal hat man dann Flugzeug in Flugzeug stehen. Das kommt vor. Ich glaube, ich habe so links unten diese, nee, das ist eine zweimotorige Business Machine. Das ist schon okay. Aber jedenfalls hat man da manchmal mehrere Airliner ineinander stecken. Das ist dann eben so. Letztlich ist der Vorteil besser, äh, größer als der Nachteil. Jetzt nehmen wir da mal ein Segelschiff aus der Nähe. Da sehen die besser aus als von Weitem. Viel besser sogar als von Weitem. Da hinten sehen wir sogar ein Motorboot, nur ohne Motorboot. Ja, da ist auf den Satellitenbildern, wie hier zum Beispiel auch, sind Wolken halt drauf. Na gut, da sind die Wolken eben flach auf dem Boden. Das ist eine Frage des Stapels. Echte Wolken sind dafür oben. Hui, ein Cessna, die super Kurzflugmaschine. Ja, wenn man weiß, wie es geht, ist das alles ganz einfach. So. Ja, das ist soweit eigentlich das, was sich hier geändert hat. Dann haben wir ja alles mal beschrieben. Ich bin froh, dass wir drüber geredet haben. Ich erwäge außerdem mir einen Brunner, ähm, wie heißt der noch? C-L-S-E-X 5000 Kawasaki Haragiri, äh, Force Feedback-Yoke zuzulegen. Ähm, im Moment hadere ich noch mit mir, weil das Ding ist nicht direkt geschenkt. Es kommt aus der Schweiz. Zu dem Fettpreis kommen dann noch, äh, Zoll und Steuern oben drauf. Ich muss wahrscheinlich ja noch zum Hoppost-Zollamt und da irgendwie verzollen und da ein Riesen-Zirkus. Das heißt natürlich gleichfalls, dass mal eben zurückgeben eher schwierig wird. Man soll sich also vorher Gedanken machen, ob einem das die Sache überhaupt wert ist. Naja, also wenn ihr selber so einen Brunner-Jung habt, sagt mal Bescheid, gerade im Zusammenhang mit X-Plane. X-Plane unterstützt ja nativ überhaupt kein Force Feedback, sondern man braucht dafür ein Plug-In. Und bei dem Brunner-Jung ist, soweit ich das verstanden habe, eine Software dabei, die aus X-Plane errechnet, was eventuell im Jungs so alles abgehen sollte. Und dazu habe ich zwar zwei, drei Videos gesehen, aber wie das halt so ist, die Jungs sind teilweise bezahlt und teilweise sind die Videos Monate alt. Und teilweise haben sie vielleicht andere Erwartungen oder Vorerwartungen, weil sich ja, guck mal, links unten die Marina da mit dem, äh, der Yachthafen, das war vorher alles überhaupt nicht zu sehen, die vielen Schiffe. Ah, mir geht gerade das Herz auf. Äh, äh, äh. Also wie gesagt, wenn ihr so ein Ding habt, so ein Brunner-Jung, sagt mal Bescheid, lasst mal hören. Das interessiert mich rasend. Ja, ja, und ich glaube, das war's. Und deswegen landen wir jetzt einfach mal auf diesem komischen, äh, Flughafen, den wir zufällig da neben uns gesehen haben. Und, äh, ja, juckeln da einmal quer über die Piste. Ja, Head-Tracking funktioniert super, also da kann man nichts gegen sagen. Es ist ein bisschen langsam, es könnte alles schneller gehen, aber es ist ja immer so, es könnte schneller, es könnte genauer, es könnte noch besser. So, je weit ist denn der Flughafen weg, wo man fluchen muss. Schauen wir da hinten, ne? Ah, ja, ja, genau. Kommen wir von der Seite an. Ich kann schon mal Gas wegnehmen und kleine Lappen ausfahren. Ich mache jetzt sowieso viel zu selten. Meine Klappen landen meistens ohne mich oder vor oder nach mir, das kann auch passieren. Ja, so viel landeklappiger kann so eine Cessna gar nicht werden wie das. Ja, der, der, ich zeige euch neue Dinge, äh, Abschnitt des Videos ist vorbei, ihr könnt aus dem Grunde schon ausschalten. Hier geht es jetzt nur noch darum, dass ich die Kiste der Vollständigkeit halber auch wieder runterkriege. Manchmal sind da, wo es eine Brücke und ein Kreisverkehr hingebaut. Also richtig an der Landebahn, naja, schön. Sie werden ihre Gründe gehabt haben, ich meine, viele Ausweichmöglichkeiten haben sie hier ja eher nicht. Ich glaube, wenn ich das in der Realität auch so machen würde mit dem Anflug, dann würden mich die Leute aus dem Tower anschließen mit nassen Lappen erschlagen. Das fehlt hier noch, das 3D-Sehen, ne? Wenn man den richtigen Punkt für den Sprite auch erkennt. Ja, das zum Beispiel war er nicht. So, ist das alles schön hier. Das ist übrigens auch ein Problem mit Headtracking beim Autorennenfahren, was auch immer. Sobald man den Kopf dreht, verliert man vollkommen die Orientierung. Wenn man eine VR-Brille auf hat, ist das überhaupt nicht, dann ist das wirklich wie real. Aber wenn man hier den Kopf dreht und das Bild bleibt da, man fährt automatisch in die nächste Wand. So, sind wir bald da, ja, ne? Guck mal, wie schön voll die Flughäfen jetzt sind. Ich halte mich jetzt mal wieder nicht in die gelben Linien, ich fahre einfach um eine Kurve. Ach, kann ja mal zur Abwechslung die Flaps einfahren, bevor ich stehe. Ach, gibt ja nur drei. Wo wollen wir hin? Wo sind Leute? Ich weiß, dass die 3D-People-Dingens-Library installiert ist, aber ich sehe hier keine Personen im Moment. Da muss ich also auch noch irgendwie bei. Ja, früher standen immer so Papp-Kameraden in der Landschaft rum und standen wichtig rum. Aber die Extended Signs für Runways, die ist offenbar installiert und funktioniert. Einmal quer übers Vorfeld, das schafft Freude. Der Tower will auch mal was zu lachen haben. Ja, es gab so viele Add-ons und Libraries, die im Laufe der Zeit wieder rausgeflogen oder schlicht verschüttet gegangen sind. Und die ich jetzt so peu a peu wieder entdecke. Wahrscheinlich irgendwann beim Festplattenwechsel oder so. Irgendwas war da mal oder so tausend installierte Sachen sozusagen mit dem Orcus der Geschichte verschwunden. So, wir können ja mal Auto-Docking hier aktivieren. Mal schauen, ob er uns den Schnorchel hierher fährt. Also, Bremse rein. Motor aus. Batterie aus. So, und jetzt gibt es doch irgendwo, war das hier nicht bei Plug-ins? Auto-Gate, genau. Automatic Auto-Gate. Schauen wir mal, passiert irgendwas? So, wir wollen erst connecten, wa? Automatic Auto-Gate, sagt er hier. Na schön. Also, im Moment sehe ich noch nichts, aber ich lasse mich ja gerne überraschen. Da ist X-Live, das muss ich jetzt erst aktivieren. Das habe ich vorher nicht extra gemacht. Jetzt erstarren wir buchstäblich. Das brauchst du einige Zeit, der muss erst laden. Dann schaufelt er wieder Speichermengen hin und her. Dann guckt er nach, ob ich einen Flugplan eingegeben habe. Und was weiß ich nicht alles für den Circus. Guck mal, ein grauer LKW. Da fehlt wohl bei irgendeiner Library die Farbe für das Fahrzeug. Siehst du, na, jetzt guckt er nach, wo ist denn der Kerl überhaupt? Und dann schaut er, wo sind die Runways? Und wer kommt und geht da? Und hat er überhaupt einen Flugplan eingegeben? Und wenn nicht, dann nicht. Aber wir sollten jetzt zum Beispiel im Hintergrund Motorengeräusche hören, wo vorher keine waren. Weil auf dem Flugfeld ist es so mal... Ah, siehst du? Die Autos fahren wieder mit Motor. Es gibt Flugzeuge um uns herum, die ihre Turbinen anschmeißen. Guck mal da oben. Alles so Sachen, die ich im Laufe der Zeit endlich wieder einfügen muss. Reaktivieren muss. Oh, guck mal, da haben wir ein Doppelflugzeug. Seht ihr? Genau jetzt hinter dem Sandluder. Zwei Flugzeuge, die ineinander stecken. Das X-Live produziert etwas. Und ein anderes, eine andere Plug-in produziert auch irgendwas. Und das Ergebnis ist dann teilweise halt Doppelflugzeuge. Aber, wie ich schon sagte, letztlich ist der Vorteil größer als der Nachteil. Da hinten zum Beispiel parkt eine Cessna ein. Ist das eine? Ja, eine 172. Ah ja, hier sieht man das vordere Rad auch. Ich wollte gerade sagen. Ob es da der Park nicht bei uns sind. Nein, es ist ein Propeller oder so. Das soll die Farbe anschraddeln. So, mehr wollte ich gar nicht zeigen. Alles gut. Danke fürs Reingucken. Und dann kann man wieder nochmal dagegen rumfliegen.